Bei der Fertigung von Fahrzeugen mit geklebten Türdichtungen ist ThyssenKrupp System Engineering ständiger Wegbegleiter der Automobilbranche und Systemlieferant von Türdichtungsapplikationsanlagen. Das hier dargestellte teilmechanisierte System bringt mit der bewährten TKSE-Plattentechnik die Akustikdichtungen bei drei- und fünftürigen Fahrzeugen an. Das typenflexible Anlagenkonzept ist jederzeit erweiterbar. Das heißt, jeder der vier Drehtische kann für weitere Fahrzeugvarianten mit bis zu vier Applikationsplatten bestückt werden. Beim Einlauf der Tür in die Anlage findet die Typerkennung durch optische Sensoren statt. Während die Tür im Gehänge zum automatischen Auftrag der Klebedichtung fährt, werden parallel die Applikationsplatten im Einlegebereich manuell mit Dichtungsringen bestückt. Dabei werden in diesem Anlagenbeispiel zwei Drehtische jeweils von einem Mitarbeiter bedient, wodurch die Fertigungszeit optimal ausgenutzt wird. Um einen ergonomischen Arbeitsplatz zu gewährleisten, werden die Platten während des Einlegevorgangs in der Höhe angepasst. Nach dem Aufstecken wird die Dichtung geklemmt. Nun kann der Liner, also die Abdeckfolie des Klebetapes, entfernt werden, ohne dass die Lage der Dichtung beeinträchtigt wird. Der Einlegebereich wird quittiert und die Platte fährt auf die Höhe der Applizierstellung. Das Türgehänge wird am Drehtisch gestoppt und durch die zugehörige Fixiervorrichtung exakt positioniert. Die Platte dreht sich in Applizierstellung. Dabei wird die Dichtung minimal gespreizt, um berührungsfrei in die Tür fahren zu können. Zur Applikation der Dichtung wird die Tür in definierter Stellung an der Platte fixiert. Beim Anpressen werden die Parameter Druck und Zeit entsprechend den Prozessvorgaben überwacht und gesteuert. Türdichtungsapplikationen mit Plattentechnik von ThyssenKrupp System Engineering werden seit 1995 erfolgreich in der Serienproduktion eingesetzt. Das System wird manuell, teilmechanisiert und vollautomatisiert angeboten. Dabei zeichnen sich alle Modelle durch hohe Prozesssicherheit und qualitativ hochwertige Verklebungen aus. Das Verfahren eignet sich für alle Dichtungen, insbesondere für komplexe Verläufe mit verschiedenen Querschnitten und Formteilen. Das Verfahren eignet sich für alle Dichtungen, insbesondere für alle Dichtungen und Formteilen. Vielen Dank.